Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei inTV. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratie-Moloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Ja, dieser Antrag ist natürlich absolut zu begrüßen. Er kommt auch von uns. Die Pfleger sollen sich um die Pflege der Leute kümmern und die Dokumentation sollte zurückgefahren werden. Und das beantragen wir und wir werden das auch so machen. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir gerade bei den ganzen Pflegeberufen wieder darin zurückkommen, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass Menschen anderen Menschen helfen und sich um die kümmern und pflegen. Und dieser Bürokratisierungswahn in der Pflege muss eingedämmt werden. Da waren wir uns ja heute im Landtag über alle Fraktionen einig. Isar 2, Gund Remmingen, Grafenreinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden. Mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Ich finde das eine Riesensauerei, diese Überlegung, dass man jetzt sagt, zum Ende der Laufzeit der Kernkraftwerke, wo dann auch die Kosten für die Entsorgung und Endlagerung kommen, dass man jetzt sagt, so, öffentliche Handsteuerzahler, jetzt übernimm du das Risiko und insbesondere die ganzen Kosten, die dann auflaufen. Die Kraftwerksbetreiber, die großen Konzerne sind verantwortlich für diese Teile und haben also auch für die Entsorgung jetzt und zwar bis zum letzten Gramm und bis zum letzten Cent zu sorgen. Die Gesetzeslage ist so, dass das momentan nicht möglich ist und es wird auch nicht möglich sein. Die Konzerne müssen die Kosten selber tragen. Deswegen, wie gesagt, den Sinn des Antrags der Freien Wähler habe ich selber nicht verstanden. Und das war es schon wieder von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns kommende Woche wieder, hier bei INTV.